Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Mal etwas anderes als sonst, 10 Fakten über Total War Warhammer 2, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Vielleicht auch schon, aber vielleicht auch nicht, findet's raus. Fakten, die meiner Meinung nach ziemlich wichtig sind und bei einigen wahrscheinlich auch eine noch höhere Bedeutung haben als für mich. Wir fangen direkt an, allerdings vorher möchte ich noch sagen, ich habe eine Preview-Fassung von Total War Warhammer 2 bekommen. Was heißt das? Das heißt, ich kann es jetzt schon spielen. Ich kann dazu allerdings nichts sagen und kann auch nichts zeigen. Allerdings werde ich, sobald ich kann, natürlich euch A, natürlich ein Let's Play liefern und B, werden wir kurz nach Release, also ein bisschen später, als das Let's Play dann anfängt, ein Together natürlich zusammenspielen. Welche Fraktion und so weiter, das soll euch überraschen. Okay, gut. Ja, von daher fangen wir direkt an mal mit den Fakten. Fakt Nummer 1. Das Blut- und Gore-DLC wird kurz nach Release erscheinen. Besitzer des Blood for the Blood God DLC für Total War Warhammer 1 bekommen die Bluteffekte in Total War Warhammer 2, aber kostenlos. Das heißt, wenn ihr Total War Warhammer habt und euch das Blood for the Blood God DLC schon geholt habt, dann braucht ihr euch für Warhammer 2 kein Blut-DLC kaufen, dann das übernimmt es sozusagen. Also nicht nochmal Geld für Blut ausgeben. Super Sache. Fakt Nummer 2. Es wird möglich sein, Total War Warhammer 2 vorauszuladen. Was das ist, sollte erfahrenen Steam-Usern bekannt sein. Ne, vorausladen. Das heißt, man kann das dann schon runterladen vor Release. Keine Ahnung wann, genau, aber es wird schon bald kommen, denke ich mal. Und dann könnt ihr das halt runterladen, aber es ist versiegelt und das wird dann erst am Release-Tag entsiegelt. Ist das ein richtiges Wort? Und dann könnt ihr es spielen, ohne was runterzuladen. Außer wahrscheinlich ein Day-One-Patch oder sowas. Aber der ist ja nicht so groß. Und Fakt Nummer 3. Die kombinierte Karte wird ein paar Wochen nach Release als Open Beta in Form eines freiwilligen 3LCs erscheinen. Die alte Welt bleibt auf der großen Karte dann unverändert, aber die neue Welt wird leicht angepasst. Die wird so ein bisschen bearbeitet. Allerdings, wer die Datamind-Map kennt, nein, die ist es nicht. Ich habe mich dahingehend informiert, dass dies wohl nicht sein wird. Ja, also keine Sorge. Das ist natürlich dann eine freiwillige Sache, ne? Free-LCs sind ja immer freiwillig. Die müsst ihr nicht runterladen, also wer sich dann beteiligen will, kann das gerne tun. Ich denke mal, das werden die meisten tun. Ihr könnt übrigens Total War Warhammer 1 beruhigt deinstallieren. Das ist Fakt Nummer 4. Für die spielbaren Fraktionen auf der kombinierten Karte zählt nur der Besitz, nicht die Installation. Dafür ist Total War Warhammer 2, aber dann ziemlich, ziemlich groß. Denn es soll bis zu 60 GB groß werden. Aber, wie gesagt, Total War Warhammer 1 kann ruhig runterfliegen. Und mal Real Talk, was wollt ihr damit Warhammer 1 noch, wenn ihr Warhammer 2 dann spielt? Was wollt ihr damit? Ich meine, ihr werdet euch eh erstmal in die Vortex-Kampagne stürzen. Und wenn ihr dann sagt, boah, ich habe Bock auf die alte Welt, dann ist die kombinierte Karte da. Also, weg damit und macht Platz für Total War Warhammer 2. Dass es dann größer wird, und zwar gewaltig größer, ist, denke ich mal, ein wichtiger Fakt für euch. Denn einige installieren das Spiel vielleicht auf einer SSD. Und eine SSD hat ja nicht so viel Platz wie eine andere Festplatte, ne? Fakt Nummer 5. Die Gruftkönige, also die Tom Kings und Arabi, sind nicht im Spiel. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Noch nicht. Sie werden höchstwahrscheinlich als DLC erscheinen. Also höchst, höchst, höchstwahrscheinlich. Davon gehe ich mal aus. Es wird übrigens keine Mini-Kampagnen mehr geben. Dafür mehr legendäre Lords. Und ich glaube, statt zwei, dann vier. Ja, zum Glück keine Mini-Kampagnen mehr. Fakt Nummer 6. Die Chaos-Invasion wird in der Vortex-Kampagne als auch in der kombinierten Kampagne eine Rolle spielen. Ob allerdings Akaon das Ganze anführt, keine Ahnung. Aber Chaos ist da. Das ist, denke ich mal, wichtig für die, die gerne Kings-Chaos spielen. Vor allem, wenn die ihre Streitwagen auspacken. Oh. Es gibt zwei neue Grafik-Tags, SS-AO und volumetrischer Nebel. Und das UI wird mehr Infos bieten, beispielsweise die verbleibende Bewegungsreichweite in Prozent. Ersteres ist, denke ich mal, nett für die, die den PC dafür haben. Und zweitens ist echt wichtig, wenn ihr eine Stellung für die Armee nutzt, geht es immer um Prozente. Ja, und wenn man Pech hat, kann man gerne mal um ein Prozentes verkacken. Und dann steht man da und kann nicht ins Lager und kriegt Verschleiß oder auch keine Ahnung was. Und da lässt man meistens dann noch mehr Bewegungsreichweite übrig. Und das ist dann verschwendet. Jetzt muss man sich nicht mehr anstrengen und da genau hingucken. Die Zahl ist schön groß. Fakt Nummer 8. In der Vortex sowie in der kombinierten Kampagne wird jeder überall siedeln dürfen. Abgesehen von Horden, die sich nicht niederlassen können. Stattdessen gibt es nun klimatische Bedingungen, die entweder gar nichts machen. Oder wenn man sich halt traut, irgendwo zu siedeln, wo es die eigenen Leute nicht so geil finden. Und dann gibt es dann schöne Mali. Malusse, Mali. Egal. Nachteile. Fakt Nummer 9. Es wird mehr Bauslots für Provinzhauptstädte geben, mehr Gebäude und mehr einzigartige Strukturen. Und dadurch gewinnt natürlich die Infrastruktur wieder an viel mehr Bedeutung. Und das Ganze wird sich auch auf die alten Rassen von Total War Warhammer 1 übertragen. Das heißt, die ganzen alten Rassen bekommen dann auch schön ihre Gebäude. Nice Sache. Fakt Nummer 10. Es wird keine Seeschlachten geben. Also hört auf, danach zu fragen. Siedlungsschlachten finden nach wie vor außerhalb der Siedlung statt, aber die Siedlung wurde näher an den spielbaren Bereich herangeholt. Yay. Naja, man hätte sie auch ganz in den spielbaren Bereich tun können. Na egal. Das war soweit die 10 Fakten. Jetzt denkt ihr euch, was kommt jetzt noch? Jetzt kommt noch ein kleines Video. Also viel Spaß damit, mit ein paar bewegten Bildern. Nicht nur Standbilder wie das hier, sondern ein Video. Viel Spaß. Saas. Baby. Da 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 da. Da 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 da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020